Jo moin Leute was geht ab hier ist euer Rade Marek und ich habe heute vor euch einen indirekten Glitch und zwar hat der Snake und sein Video habe ich in der Beschreibung halt verlinkt und einmal im Video an sich hier verlinkt und zwar geht es darum Waffen zu bekommen von diesen DLC und einmal diesen Hammer den könnt ihr aber für immer bekommen die Waffen die anderen Waffen bekommt ihr leider nicht für immer sondern nur Wirklich die Dings da hier die den Hammer den könnt ihr halt in anderen Lobbys mit rein join oder wenn die Konsole ausmacht sollte die den Hammer auch noch haben Also guckt euch nächstes Video an und genießt es und haut rein beim nächsten Mal sehen wir uns Bis zum nächsten Mal